Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge von One More Island auf meinem Kanal. Da sind wir wieder zurück und wir haben noch leichte Probleme, diese Insel vollständig in Betrieb zu nehmen. Und zwar, ich wollte da noch ein Sägewerk bauen, war aber das Holz schon wieder aus. Deshalb warten wir gerade noch darauf, bis hier ein Schiff gebaut wird, damit wir dann nochmals ein bisschen Holz rüberbringen können. Und dann können sie sich selbst helfen. Dann können wir hier ein paar Bäume roden und können so immer wieder Bretter produzieren. Das wäre soweit das Ziel. Da spricht die schon wieder in mein Wort. Hopfen wird produziert hier. Ich glaube erst, da müsste er auch schon angekommen sein. Bin mir nicht sicher. Und hier müssen wir jetzt die Brauerei... Wo ist denn der schon wieder her? Der hungert hier. Der hat ja alles. Sonst nur ein bisschen schauen, dann bekommt er auch, was er will. So, ich glaube das Schiff ist fertig. Fahren wir einmal da runter. Ja, wir brauchen dazu auch noch Weizen. Und müssen schauen, dass wir unsere Weizenproduktion drastisch erhöhen. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Wie sieht es mit dem Weizen aus? Ich denke, diese Ecke könnte ich alles auch noch eine Farm machen. Da habe ich aktuell nicht wirklich eine Verwendung. Und ja, wir könnten die Schweine noch ein bisschen ausbauen. Das lässt sich ja da leider nicht verbinden. Weil Wurstwaren sind eher rar. Ja. Eher ganz rar. Es ist aber auch... Gut, ich glaube aktuell... Ja, es fehlt auch absolut am Weizen. Und ihr seht, es braucht vier Weizen und vier Hopfen für zwei Bier. Und das muss vier mal vier sein, mindestens. Die Ecke würde ich gerne frei halten. Aber hier unten hätte es Platz. Beispiel so. Das wäre doch für eine gute Brauerei da. Einmal so. Einmal so. Ja, da machen wir die Tür oben. Wenn es wieder mal nicht mittig ist. Ah. Gehen wir mal schnell in die Forschung. Drücken haben wir erforscht. Hier brauchen wir Bier dafür. Da Wurst. Ja, komm. Machen wir da gleich mit der Wartung weiter. Dann... Je günstiger sie ist, desto besser. Muss man sagen. So. Also hier wird gebraut. Ich mach mal zwei davon. Wir haben Zutatenkisten. Bierschrank und Bierfass. Ich mach mal da was hin. Mal schauen, was was ist. Oder steht es da sogar. Lagertflaschen. Okay. Ist jetzt nicht ganz so herauszunehmen, was da wie ist. Die Weizenfarm ist wieder... Am abtrocknen. Wie immer. Aber hier schaut. Jetzt... Jetzt haben wir unseren Ertrag schon mal verdoppelt. Und das müsste doch... Hier die Mühle vollhalten. Was? Schon freigeschaltet. Oh, ging das schnell. Wir könnten uns eigentlich an das hier wagen. Erstes Bier ist schon entstanden. Mal schauen, wenn die jetzt hier arbeiten. Okay, da wird's eingelagert. Für was jetzt das Fass ist... Ist nicht ganz klar. So. Gut. Sie bringen jetzt da auf jeden Fall mal Zeugs hin. Da oben im Markt füllt sich das langsam. Ja, soll ich auf Stufe 3 gehen? Ich denke, ist fast das Beste. Komm. Machen wir. Weil der ist... Gut, der wäre bald möglich. Bier ist ja bald da. Und da ist halt auch die Wurst, die... Etwas knapp ist da. Wenn uns ständig die Tiere wegsterben. Das ist natürlich auch blöd. So von dem her. Würde auch sagen... Ja. Äh, ja. Es war dumm, aber da ist eh kein Weg. Kein Weg. Ich wollte hier... ...woll mal machen. All die Bäume weg, die da nichts zu suchen haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie... Kann ich jetzt über die Arbeiterverwaltung hier... Das steht doch gerade verbessern. Komm. Ah, der klickt, der klickt und ich sehe es nicht. Okay, jetzt geht es gerade nicht mehr. Weil irgendwas fehlt. Fisch fehlt. Oh. Unsere Fischerei muss ein bisschen ausgebaut werden, glaube ich. Ah, da wäre ja hier der beste Ort. Ich glaube, das wäre hier sehr gut. Weil da können wir eh kein Gebäude mit Wänden bauen. Und wenn es gut läuft, können wir vielleicht die andere Fischerei dann auch... ...etwas entfernen. Ah ja, ich kann sie gleich hier auf... ...Stufe 2 machen. Ah, ja. Das war natürlich... ...etwas dumm so. So. Kann man denn jetzt auch hier noch... Ja, da kann man noch anfügen dann. Das ist natürlich noch besser. So, der noch dahin. Und dann da ein paar Feste, dass die da auch... ...vorwärts kommen. Braucht jetzt Stufe 2 Arbeiter natürlich. So. Und dann kann das Chaos dann da oben auch mal weg. Okay, gut. Da haben wir auch 50 Fisch noch da. So, jetzt hier... Ist noch nicht fertig, oder? Ne, ist noch dran. Arbeiterverwaltung hier verbessern. Ja, jetzt fehlt es wieder an irgendwas. Es wird halt abgezogen und muss zuerst wieder geliefert werden dann. Jetzt brauchen die aber natürlich alle auch besseres Essen dann. Oder möchten. Besser gesagt, das... Ist ja nur Zustupf. Das benötigen sie ja nicht wirklich. So. Jetzt sind alle geupgradet. Und hier... Bleiben wahrscheinlich für immer. Weil... Äh, die sind ja in den schlechteren Gebäuden. Die müssen danach erst geupgradet werden. Und jetzt kann ich hier... ...senken. Ah, das ist für Stufe 2. Und jetzt hatte ich Arbeiter zu Trägern. Spezialisieren quasi. Ja, ich hab's jetzt verstanden. So gesehen. Also machen wir jetzt 10 Träger. Und wir machen 5 Bauarbeiter. Es steht jetzt hier nicht... ...was die jetzt speziell dann besser haben oder so. Aber die sind jetzt spezialisiert. Und nicht mehr einfach als Arbeiter. Ich nehm mal an, sie können aber dann das andere nicht mehr. Also wenn man das Weizenfeld anschaut, dann brauchen wir viele Träger. Weil hier hat's zum Beispiel Platz. Aber nur schon, dass wir jetzt auf Stufe 2 geupgradet haben. Hat uns den Vorteil gebracht. Dass wir da... Ja, man kann tatsächlich hier jetzt noch anfügen, oder? Oder nicht? Sieht das nur so aus. Ne. Das wär's zu schön. Okay. Aber ja, da sind jetzt 6 Arbeiter. In der Stufe 2. Und ja, die haben die Feste da inseln gefüllt. Ach. So viel rausholen wie geht. Oh. 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 Dachtest du wirklich, es würde unbemerkt bleiben, dass seine Kolonie anfängt zu gedeihen? It's obviously time to start sharing more. We're in this together after all, and the new Palace doesn't pay for itself. Please send me the requested materials and time. Oder wenn du so möchtest, kann ich ein paar Männer senden, um sie zu holen. Erinnere dich, du hast so hart gearbeitet, um deine Kolonie zu bauen. Es wäre wirklich ein Schade, wenn etwas passieren würde. Tschüss! In Form von Ressourcen gehe ich mal davon aus. Und man hat die Option, man kann sie auch nicht bezahlen. Äh, und es ist glaube ich auch später möglich, sich davon loszureißen, wenn man viel viel grösser wird. Am Anfang glaube ich, ist es das Beste, wenn wir die bezahlen. Denn wir haben, ich weiß nicht, ob es Verteidigung gibt oder was. So, ja, ich würde gerne wissen, wie das geht. Die Königin kommt jeden Monat vorbei, um Waren aus deinem Steuerhafen abzuholen. Wenn du die Lieferung versäumst, kann das schlimme Konsequenten haben. Okay. Das ist jetzt dein Steuerhafen. Du kannst den Hafen jederzeit ändern, indem du die Position öffnest. Hier siehst du, wenn die Steuern fällig sind. Jeden Monat ist es natürlich happig. Wenn du mit der Maus über das Feld fährst, siehst du, dass die Königin diesen Monat von dir verlangt. Ja, wir sehen es gerade nicht. Im nächsten Monat sehen wir nur, welche Arten von Waren die Königin verlangt. Und die genaue Mengen wird zu Beginn des Zeitraums festgelegt. Die Waren können nur aus Vorratshaufen in deinem Steuerhafen abgeholt werden. Stelle sicher, dass du Vorratshaufen für die angeforderten Waren hast. Okay. Was will die denn? Die will 18,3 Fische und 8,5 Brot. Und in 56 Tagen... Hä? Ich hab gedacht... Ah ja. Es ist ja erst Anfangs Monat. Braucht sie wieder Fischenbrot. Okay. Und es ist auf der Anzahl der Arbeiter. Mhm. Das ist gut zu wissen. Also je mehr Arbeiter wir uns hier holen, desto... Und wir müssen noch ein bisschen mehr haben. Gehen wir auf 110 hoch. Äh... Es ändert sich jetzt aber nicht für diesen Monat, sondern erst für den nächsten. Das ist auch noch wichtig da zu wissen. So. Und wir haben jetzt schon wieder 14 Stufe 1, die ich da zu... Stufe 2 verbessern würde, wenn wir die Ressourcen hätten. Und wir haben jetzt schon Stufe 3 bekommen. Die 11 tragen können, anstatt 9 oder 7. Und 12% schneller unterwegs sind, anstatt 6 und 0. Also... Ja. Hä? Jetzt habe ich ja einer abgestiegen. Wurzigerweise... Weiss auch nicht. So. Und wir haben neue Dinge bekommen. Genau. Neue Zonen verfügbar. Schauen wir doch da mal rein. Diesmal nicht mehr so gemein, eine ganze Seite. Baumwollplantage. Böttcher. Da macht aus Holz und Eisen ein Fass. Böttcher. Kaffeeplantage. Kaffee Rösterei. Küche. Kuhfarm. Lehmgräber. Schneiderei. Weinberg. Weinkellerei. Siegelei. Gut zu sehen, was es da alles Neues gibt. Ja. Das könnte irgendwann dann richtig schwer werden. So. Und ich glaube da... Wieder ein paar... Ja. Vertrocknete Früchte. Wie immer. Wie man es kennt. Oh. Okay. Ich glaube Fischerei läuft gut. Ausser wir haben zu wenig Arbeit um sie zu bewegen. Ich weiß nicht. Das geht. Ich würde auch schauen, dass wir hier... Eigentlich gerade hier könnten wir ein zentrales Lager machen. Das wäre... Relativ gut. Und wir müssen auch beim Markt schauen. Da kommt dann so ein... Na gut. Der Marktstand würde noch hin passen. Also für den Moment könnten wir sagen, hier geht der Weg durch. Da nach oben. Ich baue den mal so ein hier. Ich hoffe die laufen dann auch auf dem anstatt dann da rum. Können wir den Rest abreißen da. Gut. Also wir haben jetzt Möglichkeiten Dinge abzurechnen. Ich schaue vielleicht mal in die Forschung. Hier. So. Für die Stufe 4 brauchen wir dann konserviertes Fleisch, Wein und ausgefallene Kleidung. Also alles in der oberen Stufe. Und wir können jetzt da... Katastrophenschutz freischalten. Bessere Träger. Ah, die Träger können auch mehr Items transportieren. Ja. So. Sparsames Schmelzen. Geschickter Händler. Es geht schneller zu Beladen und Entladen. Dann hier Schweine mehr. Das wäre auf jeden Fall was, was wir relativ schnell machen sollten. Große Mägen. Kühe. Wir haben noch gar keine Kühe. So. Und hier... Schweine, die mehr fressen. Pflastersteinweg. Aha. Verwaltungsarbeiten und Handelsschiff. Das ist für das Schiff dann. Haben wir denn die Möglichkeit, Kühe hier schon zu bauen? Habe ich das übersehen, oder? Da gibt es ja rohes Rindfleisch. Habe ich es vor... Ah, da. Kuhfarmen. Ich habe es ja... Okay. Habe es sogar vorgelesen wahrscheinlich. Gut. Ich würde sagen, als erstes machen wir gleich das. Wir haben genügend Weizen und Brot. Ja, da muss halt... Ah, ja. Als erstes muss natürlich hier auf Stufe 3 gepackt werden. Und für das brauchen die Arbeiter dann diese Reihe an Ressourcen. Die haben wir aber. Ja, das müsste gehen. So. Ich gewähre da mal ab. Da muss nämlich alles aus Stein werden dann. Steinfundament. Steinwand. Das wird jetzt richtig... Richtig edel. Und ein Teleskop. Welches auch Werkzeuge kostet. Müsste da rein. Hier hat es Platz. Sehr gut. Und wenn das geupgradet ist, dann... bräuchten wir dann natürlich auch noch bessere Arbeiter. Ja, was... Brauche ich was anderes, um die zu upgraden? Rotwurst, Bier, Gewürz, Tee. Äh, die Wurst fehlt gerade. Ah, fängt es wieder mit dem Grundproblem an hier unten. Aber da gibt es gerade frische Wurst. Also ich muss eigentlich warten bis hier eine Wurst da ist. Und dann kann ich upgrade jetzt. Oder anscheinend nicht. Oder anscheinend nicht. Wo muss denn das... das gut sein? Das... Kann sein, dass wir es hier brauchen. Was? Frischfischer ist gestorben? An was denn? Brotmangel vielleicht? Also... Was ich sehe, wir brauchen auf jeden Fall mehr Arbeiter. Äh... Die hier etwas herumtragen. Aber die, die nicht zugeordnet sind, müssten ja trotzdem was machen, oder? Äh... Hier sind auch noch Brote. Die müssen aber Ende Monat da sein. Bin gespannt, was dann ist, wenn es nicht so ist. Was kann ich beim Mühlprozess erhöhen? Ah, wir müssten die Mühle ausbauen. Da war ich etwas abgelenkt, aber ich suche immer noch nach dem Standort für die Mühle. Wo die auch immer hin soll. Hier habe ich geschaut, aber... Ist nicht viel größer als da. Also die muss richtig groß werden. Das ist so das Problemchen, das wir da haben. Aber ich könnte sie auch hier unten anfügen. Da einfach zusammenbauen. Und dann könnten wir sie auch nach oben noch größer bauen. Ja, und da... Aber dann ist der Holzweg etwas lang. Er guckt dann schon mit Pause. Einmal so. Ah, das ist sie schon, oder wie? Ja, das ist sie. Wir haben 8 von 8,5. Der reserviert das auch absichtlich. Ja, das halbe Brot. Das kannst du dir abstreichen. Oh. Das hat gezählt, als wir zahlen nicht. Hier, angreifen, angreifen. So. Okay. Jetzt hat sie 14 Fisch und 14,3 Brot. Und nächstes Mal ist es schon Kleidung und Tee. Also wir müssen aufpassen, dass wir dann die Tier 3 Dinge auch haben. Die es dann da gibt. Das ist wichtig. So. Also Forschung ist immer noch am Ausbauen. Da fehlt es dran, dass wir... Dass wir keinen Arbeiter anstellen können, oder? Oh. Oh. Und wir brauchen auch Ziegelstein dafür. Dann dauert das noch lange. Es dauert noch richtig lange. So. Aber es wäre nur schon schön, wenn die jetzt hier in Betrieb gehen. Zum Glück haben wir immerhin Holz und Stein genügend hier. Da bin ich schon mal froh. Und ich würde schon sagen, wir errichten hier einfach mal so ein temporäres Lager. Ja, die sterben uns gerade weg, die Arbeiter. Wir sind zum Glück noch um die 100. Also sind noch nicht so viele gestorben. Da bauen wir dann viele Kisten hin. Und machen da auch Dinge, die jetzt beim Hafen ebenfalls sind, nochmals als Zwischenspeicher. Tee-Plantage? Ah, doch hier oben, ja. Gut, ganz ehrlich, da... Das ist jetzt nicht so bedrohlich. Wir haben genügend Tee. Aber auch Tee zum Beispiel einlagern, dass der genügend produzieren kann für solche Notfälle. So. Aber auf jeden Fall, hier unten läuft es. Und dann mache ich da, würde ich in der Folgenpause das Ganze dann einstellen. Einfach von allen möglichen Ressourcen da ein kleines Zwischenlager aufstellen. Dann passt das. Bäckerei. Könnten wir sogar Stufe 3 machen. Aber das braucht dann wiederum das Fundament für Ziegelsteine. Ich denke, das ist das, was wir in der nächsten Folge als erstes machen werden. Dass wir die Ziegelsteine haben. Fleisch ist nach wie vor das, was am knappesten ist. Ja, Weissen zum Beispiel muss hier ein großes Lager rein. Rot natürlich auch. Ich würde auch mal Baumstämme machen, dass das nicht alles rumliegt hier. Boah. Und dann schauen wir weiter. Aber die Majestät war da. Boah, sie hat von uns fast alles mitgenommen, was sie wollte. Also kann eigentlich zufrieden sein. Und die verhungern immer noch. Obwohl alles da ist. Es ist eigentlich erstaunlich. Wir haben ja noch keine Stufe 3 Leute hier. Also, die brauchen eigentlich nur das da. Aber ja, das Brot ist halt auch knapp. Was hat die... Ah, die 28 Tage waren vorbei. Okay. Aber diesmal hat es gereicht. Das nächste Mal brauchen wir 13 Brot, 13 Kleidung und 6 Tee. Und danach kommt schon Wurst. Das wird knapp. Aber was gut ist, das wird hier reserviert und sie nehmen es nicht weg, auch wenn sie es brauchen. Das ist schon mal ein Vorteil. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.